Jetzt läuft im Kino gerade ein Film über die Modeschöpferin Coco Chanel und wen diese Frau interessiert, der kommt um dieses wirklich schöne kleine Buch, die Kunst Chanel zu sein, gar nicht drumrum. Darin erzählt Coco Chanel nach dem Krieg 1946 in St. Moritz ihrem Freund Paul Morand aus ihrem Leben. Bei Schirmer und Graf ist das gerade erschienen. Früher gab es das schon mal in einer aufwendigeren Ausgabe, das war diese hier, auch bei Schirmer, aber Schirmer und Mosel, die die schönen Fotobände machen. Hier sind noch mehr Fotos drin, aber der Text ist derselbe wie der in dem kleinen Buch. Und das ist wirklich auch ein großes Stück Literatur, denn die Chanel, die ja hier selbst erzählt, war eine begnadete, geschliffene Rednerin. Die konnte genauso auf den wesentlichen Punkt Dinge bringen, über die sie redete, wie sie die Mode auf wesentliche Punkte gebracht hat. Das war die Frau, die uns Frauen das Korsett weggenommen hat. Sie hat die Kleider radikal gekürzt. Sie hat sich die Haare abgeschnitten als eine der Ersten. Sie hat den Futterstoff Jersey nach außen getan, dass man weichfließende Kleider hatte und nicht diese steife Pracht. Sie hat Blumen und Rüschen verboten. Sie hat den Zobel nach innen in die Regenmäntel getan und nicht nach außen. Und sie hat den Riemen erfunden, mit dem wir die Handtasche über die Schulter hängen können, damit die berufstätige Frau die Hände frei hat für was Besseres als für ein Täschchen. Ist das nicht schön? Heute Paris Hilton und so, die haben alle wieder Täschchen in der Hand, aber was auch sonst? So, sie hat Kette geraucht, die Coco Chanel. Sie hat nie geheiratet. Sie hatte eine Menge Liebhaber. Die hat sie sich, wie man so sagt, genommen und dann wieder abgelegt. Wird schon noch ein bisschen ernsthafter gewesen sein, aber es waren viele. Und sie ist letztlich immer allein geblieben. Sie hat sehr hart gearbeitet. Wie ein Pferd, sagt sie. Sie ist steinreich geworden, hat sich von nichts und niemand beeindrucken lassen. Und in diesem Buch fällt sie unglaublich harsche Urteile. Es ist zum Gruseln und zum Lachen über andere. Sie war geliebt, gefürchtet, mager, zäh. Sie ist fast 90 Jahre alt geworden. 1971 ist sie gestorben. Ihr Nachfolger ist heute Karl Lagerfeld. Der macht immer noch die Chanel-Kostüme und das kleine Schwarze, was sie auch erfunden hat. Übrigens hat sie auch den echten Schmuck aus unserem Leben verbannt und gesagt, wir sollen Kunstperlen tragen. Sie hat den Modeschmuck eingeführt. Also wirklich eine Frau, die unglaublich viele Ideen hatte. Das berühmteste Parfum der Welt ist immer noch Chanel No. 5. Andere Parfums hießen Soir de Paris oder Je reviens oder so. Ihrs heißt No. 5, sachlich kurz. Und es war das erste synthetische Parfum der Welt. Heute immer noch das wichtigste. So, man muss vorsichtig sein bei dem Buch. Sie erzählt selber und vieles von dem, was sie erzählt, ist natürlich Legende. Sie hat ihr Leben immer ein bisschen beschönigt. Sie hat sich auch zehn Jahre jünger gemacht. Aber wen interessiert sowas wirklich? Lagerfeld macht sich übrigens fünf Jahre jünger. Ich weiß es. So, ihre Leistung bleibt trotzdem ihr Temperament, ihr Witz, ihre Schärfe und ihr Temperament zum richtigen Wort und zum richtigen Griff. Die Frau hat nie nähen gelernt. Die konnte nicht nähen. Die hatte nur Hüte, konnte sie machen. Sie hat auch nie gezeichnet, wie Lagerfeld oder die anderen Modemacher. Sie hat Stoff genommen, immer Zigarette im Mund, den Stoff um die Models rumdrapiert und dann hat sie abgesteckt. Ja, und das war es dann. Und hinterher hat sie weggenommen. Grandios. Also, geboren wurde sie 1883. Da hieß sie Gabrielle Chanel. Ihre Eltern sind, die Mutter ist sehr früh gestorben, der Vater ist abgedampft nach Amerika, hat sich nie wieder gekümmert, hat die Kinder ins Waisenhaus gesteckt. Sie kam irgendwann zu finsteren, engständigen Tanten in ein dunkles Haus in der Auvergne. Mit 16 ist sie durchgebrannt mit ihrem ersten Liebhaber. Der hat ihr in Paris dann ein kleines Hutgeschäft eingerichtet. Später hat sie alles zurückgezahlt. Sie wollte immer unabhängig sein und ihre Freiheit haben. Und sobald sie das hatte, hat sie die Gelder, mit denen man sie am Anfang unterstützt hat, zurückgezahlt. Sie hat also Hüte gemacht und hat auch da die großen Wagenräder mit den Kirschen und den Blumenarrangements reduziert auf kleine, schmale, schicke Hütchen mit einer Nadel drin. Toll. Genau passend zur Rolle der Frau in der Zeit damals. Das war beim Ersten Weltkrieg. Da mussten Frauen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und taten das auch und konnten nicht mit solchen Wagenrädern, Rüschen und Korsetts rumlaufen. Also sie hatte Glück mit der Zeit, aber sie war auch wirklich ein Arbeitstier. Sie ist fast nie ausgegangen, sie hasste Partys. Manchmal stand sie auf Partys, wo jemand behauptete, ja Coco Chanel kenne ich. Und sie stand daneben und dachte, einen Scheiß kennst du, ich bin's. Aber sie hat sich nie zu erkennen gegeben. Ihre eigenen Näherinnen haben gesagt, ach, wir sehen Mademoiselle viel zu selten. Selbst da ging sie nicht oft hin. Sie hatte in ihrer Hochzeit mehr als 4000 Näherinnen beschäftigt und einen Ausstoß von 28.000 einzelnen genähten Modellkleidern pro Jahr. Sie wohnte immer im Ritz und wollte immer allein sein. Und sie schreibt darüber, das Alleinsein hat mein widerspenstiges Wesen gestählt, meinen stolzen Sinn gefestigt, meinen robusten Körper abgehärtet. Mein Leben, das ist die häufig in Tragik ausartende Geschichte der alleinstehenden Frau. Ihrer Höhen und Tiefen, des ungleichen, aber spannenden Kampfes gegen sich selbst, gegen die Männer, gegen die Verlockungen, Annehmlichkeiten und Gefahren, die ja überall lauern. Auf den Bildern in diesem Buch sieht man, wie sie sich auch inszeniert, die schöne, abwesende, alleinstehende Frau. Sie liefert bitterböse Porträts über ihre Freunde und über Menschen, die sie kannte. Über Misia Sert zum Beispiel, die große Muse vieler Künstler. Über Picasso, über Jagilev, den Ballettrussen. Und vor allem über Stravinsky, mit dem sie auch, obwohl der verheiratet war und vier Kinder hatte, eine heftige Affäre hatte, über zwei Jahre. Sie hatte vor nichts und niemandem Angst, auch vor dem Tod nicht. Sie hat gesagt, herrlich, komme ich in den Himmel, kann ich die Engel anziehen. Und ich bin sicher, dass die Engel im Himmel heute nicht mehr in Walle, Walle rumlaufen, seit Coco da ist, sondern dass sie das kleine Weiße tragen. Und die Flügel sind angelehnt und über der Schulter haben sie ein weißes Täschchen am Riemen, damit sie die Hände frei haben zum Segnen und Gutes tun, glaube ich. Übrigens, warum sie Coco heißt, habe ich ganz vergessen. Als sie jung war, wollte sie Sängerin werden und sie hatte irgendeine Chanson, da kam eine Coco drin vor. Und der Name blieb dann an ihr hängen. Eigentlich hieß sie Gabrielle. Tolles Buch, interessante Frau, hochmodern, unangepasst und sie wusste mehr als alle anderen, was Stil und was Eleganz ist, nämlich weglassen. Wenig. Jetzt gerade in diesen Tagen kam ein kleines Buch bei mir an von Truman Capote. Das ist dieser böse amerikanische Schriftsteller, der über alle und jeden lästert. Der hat jetzt irgendeinen Geburtstag, demnächst, sowas vergesse ich immer, der wievielte oder Todestag. Kein und Aber hat seine ganzen Werke neu übersetzt herausgebracht und unter anderem dieses kleine Buch mit Bosheiten über prominente Menschen. Marilyn und Co. 25. Todestag ist es, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß es, weil ich es mir hier aufgeschrieben habe. Also 25. Todestag und der nennt Coco Chanel den apart heruntergehungerten Spatz unter den Modemachern und sagt, sie sei sowohl der zarte Engel als auch die knochentrockene, rücksichtslose Macherin gewesen. Und das kann man sich vorstellen. Trotzdem allen Respekt. Lesen Sie die Kunst Chanel zu sein und machen Sie danach dasselbe wie ich. Entrümpeln Sie Ihren Kleiderschrank, schmeißen Sie die Hälfte weg. Ist alles Mist. Einfach, schwarz, klein, geht doch auch.